vor Ort in der Versorgung ist die Pocke und Pocke Pocke und Monster Stimmt und man bei uns erhalten wir uns ins Publikum warum unterhalten wir uns hier eigentlich über Pocke mit dem Wunsch digitiert zu Evo worden Ich habe es geschrieben, bevor es im Stream genannt wurde, aber vielleicht habe ich es in die Welt für alle anderen später geschrieben. Ah. Okay. Okay. Also es wäre auf jeden Fall, ja, also es wurde geschrieben, bevor es im Stream gesagt wurde, aber an sich, ich habe auf jeden Fall das auch dran gedacht. Ja gut, dann war das wohl unabhängig voneinander. Cool. Wir denken das gleiche, oh mein Gott. Ah, hier habe ich so, ähm, Pokémon Release. 2016 ist ja Pokémon Sun und Moon, ne? Ja. 2017 haben sie spekuliert, es ist Pokémon Dark and Light. Dann 2018 Pokémon Up and Down. Und 2009, weil sie einfach nichts mehr wissen, Spaghetti und Meatballs. Moment mal, ich wollte doch gar nicht da lang, glaube ich. Ich muss mal herzeln. Oder? Muss ich da lang? Ich guck mal. Oh, ich muss da unten hin. Mist, ich bin ja völlig falsch. Und tschüss. Pokémon Dusch und Badewanne. Ah, Pokémon, Pokémon Meat und Pokémon, äh, äh, Vegetable. Und dann hast du da, dann hast du da so, äh, Leute, die nur, äh, Pflanzen-Pokémon essen. Boah. Was sind denn Pflanzen-Pokémon dann eigentlich? Sind das dann Tiere oder sind das... Hm. Wirst du jemals ein Endiviel essen? Excellent! Nein, das ist dieses Endiviel. Sollten wir uns von der Zombie-Karabäune getrennt haben? Bitte, was? Du ignorierst mich, Eifer. Ja, ich will nämlich weiterlesen. Ja, aber mach das. Prüff. Aber du darfst gern nochmal sagen, was du wolltest. Würdest du jemals ein Endiviel essen? Hm. Naja, äh, natürlich, weil es gibt ja auch... Ein süßes kleines Ding. Es gibt Endiviensalat. Also ja, sowas würde ich essen. Weil Endiviel ist wirklich eigentlich ein... ...glaub ich. Ein Chilas? Nee. Das sind kleine Pokémon. Ich weiß. Würdest du ein Du-Floor essen? Ich würde gar nichts essen von den Pokémons. Pokémon essen und schlafen und die dritte Version dazu ist Pokémon RELAXO. Äh, exzellent. Bevor... Ne, haben wir Versorgungsprobleme gehabt. Ich kann das nur reparieren. Du gibst Tintenfischöl. Brbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbr... Oh, wie schön. Also Karpador würde ich essen. Und andere Fisch-Pokémon. Genau. Pokémon Fleisch, Pokémon... ...äh, äh, äh... Fisch. Fisch- und Pokémon-Pflanzen. Vergangenheit gibt's schon. Glaube ich. also ein bisschen dann aber das dunkelheit ich weiß nicht mehr hey du bist verstaunlich pro dunkel ohne damen was meinst du sollen wir eine testfahrt machen ich meine nur ich könnte gefährlich werden doch egal gewonnen so leid geschrieben ich hatte schon pokémon katze und hund die leine hunde hündchen hündchen ich kann versuchen weil auch zu essen naja bei weiler essen da hat man nicht viel davon es mag zwar groß sein aber es ist leichter als luft pokémon dick und dünn pokémon dick und doof pokémon und die verlorene zukunft pokémon versus leiten versus ace attorney bist du sicher dass roti das nichts ausmacht kein problem halte ich nur gut fest ok ich werde mich dann erstmal pokémon karmadon pokémon glumanda pokémon glumanda ist cool war das jetzt eine absichtliche anspielung wow er fährt sich wunderbar ohne dich hätte ich das nicht geschafft ja du hast du hast das schrumpelige dinge erhalten und es stinkt wie süß ich werde es immer in ehren halten aber was genau ist das was du magst es nicht genau nein nein es ist großartig es ist von einem toten kerl ich werde hier sein falls du irgendwann mal einen fahrer brauchst bis dahin ok dankeschön ein schrumpeliges ding ich will auch ein schrumpeliges ding ok willst du nicht auch ein schrumpeliges nein ach ich will das spielen seit sechs jahren ja sechs jahre du hast pokémon gefunden äh pokémon du hast pokémon ja warte ich möchte dir noch was sagen achte genau auf alle körperfiguren von den frauen na aber hier von dem typ auch oder 3 und dann denk nochmal dran es ist ab 6 ja ok äh du hast pokémon gefunden du bist cool alter und wenn der wagen ach nee du bist das ja wenn der wagen repariert ist kannst du ihn mal benutzen aber guck ja nicht rein wenn ihre beine taub sind wieso tanzt sie dann so weil ihre beine doch gar nicht taub sind ich dachte das war schon klar ja pokémon kapitalismus pokémon kapitalismus und kommunismus aufweia das geht ja hier weit demokratium ja pokémon kannibalismus oh wie gerade noch ein vegetarier ah moment noch nicht nein 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 oh halte verschimmelte essensreste hungrig fütterst du mit äh fütterst du uns mit dem schrumpeligen ding steck deine hand durch ja steck deine hand durch pokémon steck ich froh steck deine hand mit dem schrumpeligen ding da durch gott pokémon rock und pokémon pop oh gott pokémon metal und pokémon äh jess pokémon moment mal pokémon einspruch pokémon nimm das und pokémon sekunde du gibst ein schrumpeliges ding hin mehr bring doch mehr leckere dinge her oh soll ich da rein los Zauber in das Loch, wo nie Licht erscheinen will. Nein, in Pokémon... Ach Quatsch, warum komme ich immer auf Pokémon? Nein, ich kann in dem Stream nicht die Macht benutzen, ich habe das Programm dafür nicht offen. Das ist der Mario! Pokémon gut und Pokémon schlecht, es gibt doch schon gut und böse. Ja. Glockenturm! Hm, da sind ganz viele mit großen Glocken. Stand da Glocken? Da stand Glocken. Sicher? Was, wieso, was dachtest du Stand da? Was steht denn da? Keine Ahnung, warte, ich guck mal ganz kurz. Ne, Gackerturm. Gackerturm, echt? Dann bin ich der Verte. Oh, da stand da Glockenturm. Gargerturm! Gar kein Turm? Gargerturm! Die Anderen können uns bezeugen! Gaaaaaa... Gaaaaa... Turm! Ich hab den Kassenschläger Professor drehen, das ist Assetorin versus High School DXD. Soll ich jetzt dumm rüberkomme. mit mit und dessen Pokémon mit so einem Punkt um den Gabel hatten wir das schon und momentan von mir und von uns soll Prozent jetzt wird's ich glaube wir sollten mit dem Pokémon langsamer aufhören die Medien Ja, genau. Chup, chup. Boah. Knochenmehran. Bloß, es kommt nicht zurück. Boah. Boah, hier kommt ja überall die Decke runter. Ähm. Wie wäre es denn, wenn ich mal mit Pokémon 2x2 weitermachen würde und das im Livestream? Wer wäre dafür? Ich weiß, jetzt muss ich voll ewig warten, bis das mal... Bis da meine Antwort kommt, weil das ist ja... Oh, was ist das denn für eine schöne Waffe? Hm. Das sieht wie etwas aus der Werkstatt meines Onkels aus. Ob es auch vibriert? Hä? Der Hase wäre dafür. Und würde sich sogar als Co-Moderator melden. Und da ist noch jemand dafür. Ja. Und wenn ich mit Pokémon 2x2 fertig bin, dann würde ich vielleicht noch ein... Würde ich das wieder machen mit anderen Spielen. Was ist Pokémon 2x2? Pokémon 2x2 ist ein Let's Play, bei dem ich vier Pokémon Editionen gleichzeitig spiele. Und zwar zweimal die erste Generation, also einmal mit Remake. Und die zweite Generation, auch mit Remake. Ich könnte im Spreer... Sorry, Pokémon Gabel und Messer, tut mir leid. Okay. Ich hab's falsch gesagt. Okay, also Pokémon 2x2 wäre dann wohl nach Shantae, äh, das nächste. Das hätte ich... Das würde ich wirklich gerne mal wieder machen. Mit Kinect! Oha, nein! Sonst wären das anstatt 50 Folgen 5.000 Folgen. Wer sagt, dass ich das in 50 Folgen schaffe? E-Jesu. Hups. Juuu. Juuu. Das ist ein Nuder. Das ist ja... Juuu. Hör auf. Bäm. Juuu. Ich mach das eigentlich kaputt, obwohl ich nicht müsste. Vielleicht kommt was bei raus. Nein. Hmm. Hmm. Also, Herr Hase, wenn du das mitkommentieren möchtest, dann müsstest du aber schon, äh, weiß ich nicht, so mit Fachwissen aufwarten. Andererseits, Franchi Firefox kriege ich wahrscheinlich sowieso nicht nochmal ran dazu. Ah! Aber trotzdem. Wäre eigentlich ganz cool, da einen Co-Kommentator zu haben, der auch mit ein bisschen, weiß ich nicht, so Pokémon-Wissen auftrumpfen kann, was wirklich nicht jeder hat. Und das kann Franchi Firefox zum Beispiel sehr gut. Der hat sogar Ahnung gehabt von Romhacking-Sachen oder Glitches, da wusste ich vorher noch nicht von. Und ich kenne schon einiges über die Pokémon-Edition. Ich bin eigentlich eine Ausnahme, um es gar nichts. Was? Ich bin eigentlich eine Ausnahme, um es gar nichts. Oh. Ich glaube, das sollte ich gerade nicht tun, aber... Ich will dieses Viech hier zu... Oh, es ist weg. Ich komme trotzdem nicht weiter hier. Okay, dann zurück. Wollen wir um, äh, 6 Uhr aufhören? Ähm, wann ist es denn? Oh, das ist ja nicht mehr lang. Das ist ja gar nicht gut, dass ich so lange gebraucht habe jetzt, um hier zu landen. Ach, hier geht's ja noch in die anderen Richtungen. Dann gehe ich doch mal in die andere Richtung erst mal. Es ist gefährlich, wenn man sich nicht schrumpeliges Ding gespeichert hat. Piu, piu, piu. Ah. 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 Lass mich. Piu. Was passiert denn, wenn ich da genau drinstehe, wenn die kaputt gehen? Passiert mir dann was? Hm. Oh, oh. Ne, da passiert mir nix, wenn ich drinstehe. Okay. Sehr schön. Das war's schon. Ich hoffe, es kommen nicht noch mehr. Ja. Ja. Was zum... Was bist du denn? Moment. Ich esse erst mal was. Am, am, am. Ja. Wow. Frech. Herr Hasen sagt, guck doch an. Ich empfehle ja auch Pokémonhaze und kenne alle Haupteditionen, aber ist ja deine Entscheidung. Ich zwinge mich jedenfalls nicht auf. Alle Haupteditionen, ich glaube, da weißt du mehr als ich. Nam nam nam. Am nam nam. Hm. Das Ding wird schneller. Aua. Es tut weh. Ah. Ich erhalte einen super Piekenball. Und ich bekomme... ...